Jungs, ich hab Wochenende ein Date. Ach, wirklich? Ja, mit der Kleinen aus der Disco. Meinst du Jeffrey? Das war der Barkeeper. Wie meinst du denn, Hannelore? Das war die Türsteherin. Ich mein Lisa, von vor zwei Wochen. Ach, Lisa meinst du? Und was wollt ihr machen? So genau wissen wir das nur. Ich hab gedacht, vielleicht Kino oder sowas? Kino als erstes Date? Warum nicht? Ja, du möchtest sie doch kennenlernen, oder nicht? Richtig, ja. Wie willst du dich denn im Kino mit ihr unterhalten? Ja, und wie willst du sie im Kino dann verführen? Wie meinst du, verführen? Naja, einen Wegstecker ins Gehen. Ist dir bewusst, dass das unser erstes Date ist und ich sie wirklich kennenlernen will? Ja, das eine schließt das andere doch nicht aus, oder was? Ich würd dir vorschlagen, was essen oder trinken zu gehen. Also meinst du, in ne Bar gehen? Ja, oder in Kaffee oder so, keine Ahnung. Ja, und wie soll ich das machen mit dem Bezahlen am Ende? Weißt du denn immer nicht, ob ich bezahlen soll oder wir teilen oder... Ich hab keine Ahnung. Woher trefft ihr euch denn? Ja, ich fahr zu ihr. Dann kann sie ja bezahlen. Würde ich nicht so sagen. Natürlich, du fährst so hin zu ihr, dann kann sie ja wohl bezahlen. Dann warum teilt man die Rechnung nicht einfach? Ihr teilt deine Tankkosten auch nicht, oder was? Die teilen wir natürlich nicht. Ja, siehst du? Dann will sie direkt denken, dass du ein totaler Geizkragen bist. Ja, also soll ich jetzt bezahlen oder nicht? Also ich würd's ganz ehrlich davon abhängig machen, ob sie dich danach noch reinbittet oder nicht. Wie soll er das vorher wissen? Ja, da hat er recht. Er kann auch schlecht fragen. Du übrigens, hast du vor, mich danach mit zu dir reinzubeten? Weil dann würd ich jetzt für uns beide bezahlen. Was ist das für ein Blödsinn? Das mach ich immer so. Ernsthaft? Schon seit Jahren. Ja, und das funktioniert, oder wie? Das hab ich nicht gesagt. Dann lass es mich anders formulieren. Wie viele zweite Dates hattest du denn schon? Bis jetzt noch gar nicht. Ja, siehst du? Ja, so kann ich aber schon mal aussatieren, ob das Mädel zu mir passt oder halt nicht. Hast du schon mal drüber nachgedacht, ob es eventuell an dir liegt und nicht an den Mädels? Ob es an mir liegt? Als ob es an mir liegt. Ich mein, guck mich mal an. Das hab ich gerade und ich würde gerne damit aufhören, sonst muss ich mich übergehen. Ich hab die todsichere Methode und ihr beide habt einfach keine Ahnung. Letztendlich musst du das halt auch so entscheiden, wie du dich wohlfühlst, Mensch. Wenn du Bock hast zu bezahlen, dann bezahl einfach, wenn nicht, dann nicht. Ich kotz gleich. Ja gut, dann schlag ich dir einfach mal Kaffee vor, sonst. Da kannst du nichts falsch machen. Ins Café gehen ist halt mit das langweiligste Date überhaupt, ohne Scheiß. Ja, was würdest du denn vorschlagen? Wieso guckt ihr nicht einfach einen Film bei ihr oder so? Aber doch nicht als erstes Date. Dann hättest du das Problem mit dem Bezahlen auch nicht. Man guckt da aber keinen Film zu Hause beim ersten Date. Das mach ich auch immer. Und wie viele zweite Dates hattest du? Darum geht's doch jetzt gar nicht, Mann. Es will nicht jeder beim ersten Date direkt alles riskieren, wie du, Mensch. Ach, hör auf zu spinnen, Jess. Natürlich, Mann. Du hast doch keine Ahnung. Aber du, oder was? Leute, ich entscheide selbst, was ich mit ihr machen werde. Und ich kann auf eure Tipps gut verzichten, egal ob ich mit ihr ins Café gehe oder weiß ich was mache. Ins Striplokal? Nein, nicht ins Striplokal. Okay. Also bis dann. Hättest du Bock auf ein Kaffeein? Ja, nur wenn du zahlst. Wenn du mich danach noch reinbittest? Naja, ein Wegstecker ins Gehen. 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 Bis zum nächsten Mal.